Kinder machen doch glücklich. Das ist doch etwas Schönes, das Schönste, was man haben kann. Was ist das, was sie glücklich macht daran? Ich habe Kinder aufwachsen und mich zurückversetzt in meine Kindheit. Manchmal ist es anstrengend, aber im Nachhinein vergisst man das so schnell, wenn sie dich anlächeln tun. Was aber, wenn das eigene Kind einem nicht glücklich macht? Wenn man vielleicht sogar mit dem Entscheid hadert, überhaupt ein Kind auf die Welt gestellt zu haben. Ja, das ist nicht gut. Es geht in dem Ganzen nicht nur darum, dass man selber glücklich ist. Es geht um etwas Größeres. Nochmal, Kinder machen doch glücklich. Oder? Ja, man sagt es. Kinder machen glücklich. Alles andere darf man nicht denken und schon gar nicht aussprechen. Es ist so ein Tabuthema, darüber zu sprechen, Frauen, die ihre Kinder nicht wollen. Das heisst nicht, ich will mein Kind nicht, überhaupt nicht. Ich habe mein Kind sehr gerne, aber ich hätte eigentlich nicht Mutter werden sollen. In diesem Podcast geht es genau um das Tabuthema. Um Frauen, die es bereuen, dass sie Mütter geworden sind, obwohl sie ihre Kinder gerne haben. Regretting Motherhood. Die Mutterschaft bereuen, sagt man dem Phänomen. Wie geht das? Das Muttersein bereuen und trotzdem keine Rabenmutter sein. Das ist der Input. Mein Name ist Helene Arnett. Input. Es hat fast ein Jahr gedauert, bis ich die Aufnahme für diesen Podcast machen konnte. So lange hat Sibylle gebraucht, um sicher zu sein, dass sie sich outen will. Outen nicht mit ihrem richtigen Namen oder mit Angaben zu ihrer Person. Nein, es hat so lange gebraucht, bis Sibylle die Worte gefunden hat für das, was man eigentlich nicht aussprechen kann. Was man nicht aussprechen darf. Nämlich, wenn ich Zeit zurückdrehen könnte, dann würde ich kein Kind mehr haben. Peng. Kennengelernt habe ich Sibylle nach einem Reporter aus dem Jahr 2020, wo wir der Frage nachgegangen sind, ob Kinder glücklich machen. Mit allen Konsequenzen, die es nach sich zieht, ich finde, da kann man es nicht schön reden. Es ist mega schön, in der totalen Erschöpfung zu leben, schlaflos zu sein, immer im Job nachzusecken. Dass das schön ist und erfüllend ist, wenn wir ehrlich sind, nein, finde ich nicht. Nach dieser Sendung haben wir einen Aufruf gemacht und gefragt, ob es noch andere Frauen mit ähnlichen Gefühlen gibt in der Community. Ein halbes Jahr später hat mir Sibylle ein Mail geschickt. Sie hat mir geschrieben, «Grüezi, Frau Arnett. Im Post sehe ich nicht, wie alt ihr Aufruf nach Eltern mit Regretting-Symptomen ist. Ich bin mittlerweile in der Akzeptanzphase und möchte mich mit anderen Betroffenen austauschen. Nur finde ich keine Kreise. Ich habe daraufhin Kontakt aufgenommen mit Sibylle. Wir haben immer mal wieder telefoniert und ist dann im letzten Dezember das erste Mal getroffen. Da im Radiostudio in Zürich. Sibylle, die eben nicht Sibylle heisst, ist 43, eine grosse, schlanke Frau mit langen, rötlichen Haaren und einer stylischen Brille. Sie arbeitet im Bildungsbereich und wohnt irgendwo im Kanton Zürich. Ihre Stimme verfreunden wir ein wenig. Wir fangen ganz vorne an in der Geschichte von Sibylle. Seit ich mich erinnern kann, hatte ich nie einen Kinderwunsch. Als Teenager habe ich manchmal Kinder gehütet von anderen und Geld verdient. Aber ich habe mir nie gewünscht, dass es meine Kinder wären oder eine grosse Familie. Oder so. Nein. Und als ich älter wurde, Studium nachher, Partnerschaft, ist für mich nie ein Thema gewesen. Ich wünsche mir das. Oder so werden das einmal schön miteinander. Ja, zwischendurch hat man es diskutiert. Und ich habe gewusst, ja, ich muss dann reden mit meinem Partner. Das hat sie dann auch gemacht, auf einer längeren Reise, die die beiden zusammen unternommen haben. Auch wenn es keiner ausgesprochen hat, ist beiden klar gewesen. Wenn sie wieder in der Schweiz sind, wollen sie wissen, wie es mit ihnen beiden weitergeht. Kind oder kein Kind. Für den Mann von Sibylle war immer klar, dass er ein Kind will. Sie haben geredet und geredet. Und dann zu Hause gemerkt, dass sie sich beide je in die Richtung des anderen entwickelt haben. Sibylle, ihr Mann, konnte sich plötzlich ein Leben ohne Kinder vorstellen und Sibylle eines mit Kindes. Jeder hat dem anderen zu lieb, zu einrenken. Ich kann mich erinnern, ich habe dann für mich selber gedacht, okay, das ist nicht unbedingt mein Wunsch, aber ich kann das. Und wenn man sich so überlegt, ich schaffe das, ich kann das. Es können ja Millionen andere auch. Ich kann das. Es hat das mehr mit Leistung zu tun und nicht mit einer inneren Überzeugung. Ich wäre so gerne, Mami, das ist jetzt so ein Herzenswunsch von mir. Eigentlich der Wunsch, den ich jedem Kind wünsche. Ich komme aus dem Bildungsbereich. Also ich habe mich viel schon mit Erziehung und diesen Sachen beschäftigt. Und eben, ich denke, ich schaffe das, ich kann das, ich weiss ja viel und sonst kann man das lernen und so. Genau, dass es einfach sehr schwierig kann werden, wenn das Herz nicht dabei ist, das habe ich mir dort noch nicht vorgestellt. Zibylle ist das Projekt Kind so angegangen, wie sie es sich aus dem Job gewöhnt ist. Rational, vernünftig. Es hat damals gerade eingeschlagen, vor gut zehn Jahren. Zibylle ist schwanger geworden und sicher gewesen, dass auch das mit dem Herz dann schon noch kommt. Dass die Liebe zum eigenen Kind ganz natürlich entsteht. Halt so, wie bei allen anderen Müttern. Schliesslich ist das Muttersein ja das Grösste, sagt man. Sie hatte eine Traumschwangerschaft, erzählt mir Zibylle hier im Studio weiter. Absolut problemlos. Die Geburt von ihrem Sohn, der per Kaiserschnitt auf die Welt kam, sei aber ein Albtraum gewesen. Und danach hat man das Baby in der Hand. Und er ist einfach nur erschöpft. Aber es kommt dann schon, es kommt dann schon, die Liebe. Es muss ja. Und dann ist man im Spital und erholt sich. Aber ich hatte immer noch diese Operation nicht bei mir. Und diese Hilflosigkeit. Ja, und das ausgeliefert zu sein. Und ich wollte das Baby gar nicht so. Und ich hatte Mühe, mich jetzt darum zu kümmern. Und das zu stillen und mich damit zu beschäftigen. Und ich hatte eigentlich nur Zeit für mich gebraucht. Es gab Angebote von Hebammen, Ärzten. Man ging schon nachfragen, also so nachfragen. Wegen postnatalen Depressionsanzeichen usw. Aber ich habe alles abgeblockt. Ich war gar nicht bereit, um dort zu reden. Stattdessen hat im Kopf der Sibyles Gedankenrössli-Spiel immer schneller und schneller zu drehen. Mutter sein. Das hat sich falsch angefühlt. So, dass sie sich hergeben und so fremdbestimmt und seine Brüste und überhaupt nicht mehr duschen können und das Gefühl haben, man müsse jetzt immer und so und im Schlaf noch das Kind nehmen und so. Und doch will man ja dann die Nähe geben, weil man weiss, es ist so wichtig. Ähm, ja. An einen Moment in dieser Zeit erinnert sich Sibylle noch ganz besonders gut. Ich glaube, etwa in der zweiten Woche, nachdem wir zu Hause waren, bin ich mal allein spazieren und ich weiss, ich bin über das Feld gerannt und ich habe geuchzt und gemerkt, ich bin wieder reich, ich spüre mich wieder. Ich bin frei, eine halbe Stunde und dann wieder heim. So ein Sinnbild, oder? So ein Ausbruch auf die Zeit und dann wieder heim, dann wieder ins Hamsterrad. Okay, gut, wieder Windeln wechseln und machen und so. Alles, was ich nicht wollte, und es hat sich so richtig gesträubt in mir. Der Mutterschaftsurlaub war für Sibylle, wie ein Marathon nach dem anderen zu rennen. In diesem kleinen, viel zu engen Familienkäfer. In ihrem Hamsterrad hat sich Sibylle Mausbein allein gefühlt. Sie hat sich geschämt, über ihre Gefühle zu reden, auch vor ihrem Mann. Gegenüber hinaus konnte ich das nicht zeigen oder zeigen. Ja, ja, es geht mir gut und so schön und das Baby gedeiht und wächst und jetzt lächelt es und so weiter, all diese Schritte und so. Und ja, und dann bitte, bitte möglichst schnell wieder arbeiten. Sieben Monate lang ist Sibylle in diesem Hamsterrad gerennt und gerennt. Dann war ihre Mutterschaftsurlaub vorbei, Sibylle ging wieder arbeiten. Und sie hat gemerkt, wie gut ihr die räumliche Distanz zu ihrem Kind tut. Dort war für mich klar, irgendetwas ist falsch und es stimmt nicht. Es kann doch nicht sein, dass alle anderen Frauen, zumindest in meinem Kopf, sie könnten nicht irgendwann 20 Minuten ihr Baby abgeben und haben gerade irgendwie, sind super emotional, wenn sie sich trennen müssen von ihrem Kind, geschweige denn ein Wochenende mal mit dem Partner wieder verbringen und sonst das Kind ist bei den Grosseltern usw. Und ich habe mich einfach nur befreit gefühlt. Sibylle hat es fast verrissen. Man will seinem Kind möglichst viel Nähe geben und es rumschleiken, das Baby und Piseich haben und Wärme und an die Brust und auf den Rücken und überall. Man hat es immer dabei und ich meine, ich habe das Kind überall hingeschleikt und so und das ist gar kein Ding gewesen. Aber so sein ohne Kind hat sich so viel besser angefühlt. Alle, die selber Kinder haben, wissen, wie stressig die erste Zeit ist mit einem Baby. Nicht genug schlafen, immer verfügbar sein, stillen, nicht mehr duschen und nicht mehr zum Essen kommen. Das bringt die meisten jungen Mütter und auch Väter an ihre Grenzen. Das ist es aber nicht gewesen, was Sibylle so fertig gemacht hat. Ihr Baby sei nämlich ein richtiges Anfängermodell gewesen. Es hat durchgeschlafen, wenig gebrannt, total pflegelicht. Es war etwas anderes. Etwas, was sich unendlich schlimm angefühlt hat. Etwas, was Sibylle gar nicht wollte gespüren und wahrhaben. Manchmal hatte ich so Fantasien, was ist jetzt, wenn er sterben würde, wäre ich dann wieder frei. Also das bricht einem jetzt wahrscheinlich das Herz, wenn man das hört. Aber das ist wirklich so, wie ich das erlebt habe. Das kann man natürlich mit niemandem teilen. Ich habe sehr lange auch das zurückgehebt von meinen engsten Freunden oder so. Das ist wirklich schwierig. Ich hatte Angst, verurteilt zu werden. Ich habe mich selber ja geisselt mit dem Gedanken, jetzt muss doch das kommen. Und habe das schöne Baby und nachher das Kind angeschaut und immer wieder... Ich... Lieb ich es? Ist das Liebe? Nein, ich kann es gerne. Ich kann es gerne. Die Zeit sei die Hölle gewesen, erzählt mir Sibylle. Schuld, einen Fehler gemacht zu haben, eine falsche Entscheidung, die ich nicht rückgängig machen kann, die das Leben lang andauert. Und das ist das eine. Schuld aber auch, meinem Kind nicht gerecht zu werden können, nicht die Mutter sein, die es eigentlich verdient. Ja, Schuld meinem Partner gegenüber, um zu sagen, ich kann dich, ich spüre deine Liebe nicht. Du musst. Du musst mehr. Du musst jetzt diesen Part übernehmen. Ja, also viele Varianten von Schuld. Für die Gefühle, die Sibylle fast verdrückt haben, gibt es seit 2015 einen Namen. Regretting Motherhood. Bereuen, dass man Mutter geworden ist. Die israelische Soziologin Orna Donald hat für eine Studie mit 23 Müttern geredet, die genau das Gleiche erlebt haben wie Sibylle. All diesen Frauen wäre es lieber gewesen, wenn sie keine Kinder gehabt hätten. Der Begriff Regretting Motherhood war geboren. Auch Sibylle hat das Buch von Orna Donald gelesen. Nachdem ich dann das Begriff für mein Empfinden gefunden habe, war es einfacher, darüber zu sprechen. Es war vorher sehr diffus. Schwierig war es, mich Freunden gegenüber zu öffnen. Immer mit der Angst, ich werde jetzt verurteilt wegen dem. Die kennen ja auch meine Situation zu Hause. Die kennen mein Kind. Und ist denn das Mitleid, das sie mit meinem Kind haben, weil es nicht geliebt wird von Mami, so wie sie es eigentlich verdienen würde? Warum ist es so ein Tabu, wenn eine Mutter nicht gerne Mutter ist? Wenn sie bereut, ein Kind geboren zu haben? Ist das egoistisch? Was triggert einen, wenn man von solchen Frauen hört? Der Kopf voll Fragen steige ins Tram und fahre vom Radiostudio in Zürich in Kreis 6 zu der Psychotherapeutin Linda Razumowski. Grüezi. Ich schaue auf einem bequemen Sesson in der Praxis von Linda Razumowski. Ein hoher, heller Raum mit alten Parkettböden, die bei jedem Schritt gemütlich knarren. Hier auf dem Stuhl, wo ich jetzt sitze, sitzen immer wieder Frauen, die mit den Mutterrollen in den Schlag kommen. Er muss mit dieser Art von Mutter sein, die die Gesellschaft von ihnen erwartet. Was vielfach vorkommt, das ist ja auch in dieser Studie, in dem Buch von der Ohna Donut wird das schön beschrieben, gibt es viele Frauen, die einfach so wie automatisch in die Mutterschaft reingelangen, die gar nie einen Kinderwunsch hatten, gar nie ein Gefühl hatten, ich will das unbedingt, sondern die vielleicht schon vorher zum Teil gedacht haben, das passt gar nicht zu mir. Aber es ist halt so, man macht es halt. Es gehört dazu, es gehört zu einem normalen Leben einer gesunden Frau, dass man halt irgendwann ein Kind hat. Und das ist natürlich ein massives Problem, weil wir als Gesellschaft eigentlich einen Lebensweg für eine Frau, die nicht die Mutter sein möchte, eigentlich ausschliessen. Und wenn das Kind dann mal da ist, wird der Spielraum für die Frauen erst recht eng. Die Gefühlsregeln, die sogenannten bei Mutterschaft, sind extrem streng, extrem strikt. Also eine Mutter muss ihre Kinder lieben, sie muss auch Freude haben. Also von dem geht man aus, das ist nicht meine Haltung, sondern von dem geht man aus in der Gesellschaft, eine Mutter muss erfüllt sein. Und egal was passiert und egal unter welchen Bedingungen sie ihre Mutterschaft lebt, wenn sie sich nicht freudig und erfüllt fühlt, dann geht man davon aus, dass etwas nicht mit ihr stimmt. Frauen, die gar keine Kinder wollen und Mütter, die sich nicht an die ungeschriebenen Regeln halten, gelten häufig noch als Egoistinnen. Es kann genauso egoistisch sein, wie Kinder zu wollen, weil es einem eben gut tut, weil man das will und weil das zu einem passt und weil das einem seine Identität stärkt und weil man schon ganz lange einen Kinderwunsch gehabt hat. Das ist ja auch, dass man für sich schauen will. Und das eine ist einfach ein anerkannten Egoismus in dem Sinn. Also Egoismus gar nicht jetzt in einem negativen Sinn, sondern dass man für sich schaut. und das andere ist halt ein nicht anerkannter Egoismus, dass man auch für sich schauen will. Solche Normen sind tief in uns innen und in der DNA der Gesellschaft verankert. Das merke ich schon nur, wenn ich anderen erzähle, an welchem Thema ich momentan dran bin. Regretting Motherhood. Das sind die Frauen, die bereuen, dass sie kein Kind hatten, oder? Nein. Die Vorstellung, die Mutterschaft liege in der Natur von allen Frauen und mache ich automatisch glücklich, ist immer noch gesellschaftlicher Konsens. Und meine Erfahrung als Mutter ist, kaum etwas wird so schön geredet, wie das Kind an. Einm in der ersten Zeit. Auch Studien belegen glasklar, dass junge Eltern unglücklicher sind als Gleichaltrige ohne Kind. Und mit jedem Kind, das dazukommt, werden sie noch etwas unglücklicher. Gut, nachher wird es dann besser. Über 50-jährige Älteren sind in der Regel glücklicher als Leute ohne Kind. Das belegen verschiedene Studien. Nachlesen könnt ihr die in den Shownotes. Und noch ein Lesetipp. Das Buch «Mythos Mutterinstinkt». Absolute Lesenempfehlung von mir. Ich will mir selber ein Bild machen und gehe mal hören, was für Geschichten und nichts, das sich so ranken hat um das Muttersein, um das Elternsein. Ich gehe in einen von diesen Indoor-Spielplätzen, wo ich mit meinen eigenen Kindern genau eines drin war. Es war mir dann nicht wohl, vor über zehn Jahren. Und es ist mir auch heute nicht wohl. Nicht wegen Meis hier drin, sondern weil das Elternsein hier so zelebriert wird. Lauter glückliche Mütter und Väter, die ihren Kaffee trinken und den Kindern mit leuchtenden Augen beim Umgumpen zuschauen. Wir haben die Gefühlsregeln, die wir von Müttern und wahrscheinlich überhaupt von Eltern erwarten, immer mega zugesetzt. Und auch heute stellt es mir wieder fast eine Schnaufe ab, wenn ich sie so in balter Ladung höre wie am Anfang des Podcasts. Ich frage mit Ohren und rede mit ganz vielen Müttern und Väteren. Und je länger, dass wir über das Elternsein reden, desto differenzierter werden die Meinungen. Regretting Motherhood, haben Sie das schon mal gehört? Ja, ich habe auch schon mal davon gehört, genau. Können Sie so Gedanken nachvollziehen? Ja, wenn Sie mich fragen, nach gestern Abend, gibt es ja Tage. Ich habe gestern Abend auch eigentlich meinen Mann gefunden. Das ist gut, ich schmeisse es hin. Einen Job würde man einfach gründen, oder? Und würde sagen, so lasse ich nicht mit mir umgehen oder wenn der Job mir nicht auch etwas gibt, dann muss ich für beide stimmen. Und als Mutter merkt man einfach, es geht nicht. Es ist, Kinder zu ehren. Und dann ist es schon so. Dann ist es einfach eine Zeit, in der man sich sehr zurücknimmt. Ja, ich kann es schon nachvollziehen, ja. Also ich habe auch immer gesagt, ich will zwei oder drei Kinder. Ich habe jetzt eines Kind, weil ich auch habe müssen sagen, ich bin einfach auch an meine Grenzen gekommen oft. und ich kann es schon nachvollziehen. Also ich liebe meine Tochter über alles. Ich würde sie nicht mehr hergeben, aber in gewissen Momenten kann ich das schon nachvollziehen. Allein auf einem Bänkli hockt der Vater. Ich sitze zu einem Männer, wegen dem Lärm hier drinnen und dem lauten Reden bin ich fängst ein bisschen heiser. Ich frage noch ihn, ob er den Begriff «Regretting Motherhood» kenne. Er kennt ihn. Was macht es mit denen, wenn sie das hören? Kann ich verstehen, weil man kann es auch mal nicht abschätzen, was passiert, wenn man Kinder hat. und ich habe jetzt auch eins. Und ich habe schon überlegt, wie es wäre, wenn ich jetzt keinem hätte. Hier im Spielparadies gibt es offenbar auch «Regretting Fatherhood». Zwar nur phasenweise, aber mit allen negativen Nebeneffekten. Der Vater kann mit Sibylle mitfühlen. «Wenn man mit anderen Eltern spricht, habe ich manchmal das Gefühl, ich darf das auch gar nicht sagen, dass es manchmal schöner wäre, ohne Kinder. Da wird man komisch angeschaut, als wäre man jetzt ein Rabenvater. Ich glaube, das bin ich aber trotzdem nicht, weil ich nicht meine Verantwortung war und probiere, dass es dem Kind bestmöglich geht. Und trotzdem habe ich meine eigenen Bedürfnisse, die dann halt manchmal kürzer kommen. Nicht zu kurz, wir richten das schon so ein, dass es klappt, aber trotzdem, man muss halt zurückstecken. Und ich gehe wieder an die frische Luft und genieße die Ruhe auf dem Parkplatz von diesem Indoor-Spielplatz. Also, es gibt auch «Regretting Fatherhood». Natürlich. In einer repräsentativen Studie aus Deutschland, zum Thema «Regretting Parenthood», also die Elternschaft bereuen, geben im Jahr 2016 20% von den befragten Mannen an, dass sie ihre Vaterschaft bereuen. Bei den Müttern sind es 19%. Also, jeder fünfte Vater, jede fünfte Mutter sagt von sich, mit dem Wissenstand von heute hätte ich lieber keine Kinder gehabt. Und eine von diesen 19% ist Sibylle, die mir so ehrlich und fadengrad über ihre schwierigen Gefühle in der Mutterrolle erzählt. Väter eigen es wahrscheinlich einfacher, wenn sie sich mit ihrer Vaterrolle nicht arrangieren können, sagt Sibylle. Die gingen dann einfach. Auch Sibylle wäre am liebsten abgehauen. Ja, da habe ich einen Tagebucheintrag vom Dezember 2021. Ich habe geschrieben, «Ich erst dicke, am Weihnachtsmorgen stehe ich auf und suche nach Wohnungen. Ich kann mit meinem Partner kaum darüber sprechen.» Das war so ein tief, tief Punkt. Bleiben oder gehen, auch da hat sich Sibylle überlegt. Sibylle ist geblieben und hat sich ihrem Partner anvertraut. Ihren Mann, Martin, der im wirklichen Leben ebenfalls nicht Martin heisst, hat sie zwar nicht verstanden, aber er hat sie unterstützt. Er hat sein Pensum reduziert, im Homeoffice arbeiten und Sibylle allein in die Ferien geschickt, um den Kopf zu lüften, durchzuschauen und Klarheit überzukommen. Ich habe drei Wochen mich sehr fest mit mir selber beschäftigt, mit dieser Literatur, mit Tagebuch, mit viel Nachdenken, mit Sachen, die mir gut tun. Und gemerkt, ich vermisse mein Kind nicht, aber meinen Partner schon. Und ich muss es jetzt einfach akzeptieren. Akzeptieren, was ist und dann nach Lösungen suchen. Das war der Auftakt zu dem Prozess, wo Sibylle und ihre Partner immer noch und immer wieder drinstecken. Es sei ein ständiges Ringen nach guten Lösungen für Mutter, Vater und Kind. Und in diesem Zusammenhang kommt mir noch eine Aussage von der Psychotherapeutin Linda Razumowski in, die mich mega berührt hat. Ein Kind zu haben sei immer ein Neuanfang, sagt sie. Ob man jetzt aufgeht in der Mutterrolle oder nicht. Und mit jedem Neuanfang lädt man etwas alles von sich zurück. Den Verlust, den müssen wir betrauen. Das kann sein, z.B. ein Verlust von einem Teil der Identität, das kann sein, ein Verlust von Autonomie, ein Verlust auch von vielleicht Erwachsenenfreundschaften, von Spontanität. Aber es kann wirklich auch tiefgreifende Identitätsverlust sein, dass man sich nicht mehr wie sich fühlt. nicht wie eine entwickelte Form von sich, sondern nicht mehr wie sich. Und das ist natürlich ein massiver Verlust psychologisch gesehen. Das kann sich genauso anfühlen wie ein Verlust einer nahestehenden Person. Und da würde ja auch niemand unbedingt sagen, ja, er kommt jetzt schon gut, also die einen machen das vielleicht, aber ein hilfreicher Umgang mit einem Verlust ist, dass die Trauer Platz bekommen darf. Es gibt Partnerschaften, die bei diesem Prozess kaputt gehen, erzählt mir Linda Rasumowski. Auch viele Frauen in der Studie der Ornatonat sind geschieden und Ironie vom Schicksal Alleinerziehend. Die Beziehung von Sibylle und ihrem Mann hat gehalten. Und nicht nur das, die Suche nach Lösungen haben sie beide sogar zusammengeschweisst, erzählt mir Sibylle. Ein paar Wochen nach unserem ersten Gespräch treffe Sibylle noch mal. Und das Mal bringt sie ihren Partner Martin mit. Seine Unterstützung geht so weit, dass er sogar in diesem Podcast mitmacht. Seiner Frau und anderen Betroffenen zu lieb. Zum Zeigen, dass regretting motherhood nicht das Ende einer Familie sein müssen. Er hat lange nicht gemerkt, was mit Sibylle losgeht, erzählt mir Martin. Für mich ein Schock und es hat mich mega traurig gemacht. Es hat nur Verlierer. Es gibt nur Verlierer in einer Situation. Schlimm Schlimm wie sie sich mit Schuldgefühlen umeinander geblögt. Es ist ganz schlimm, wenn man nach ein paar Tagen ohne Sohn sich nicht freut. Das sind ja mega schöne Gefühle. Dann trauert der Aspekt auf unserem Sohn. wo zwar das nicht merkt, aber irgendwo durchaus gerne mehr Mami hat und sie auch ihre begrenzte Ressourcen hat und das nicht immer geben. Martin unterstützt Sibylle und den gemeinsamen Sohn so gut es geht. Aber fehlende Muttergefühle kann auch er nicht zaubern. Was hat es mit mir gemacht? Ich bin hilflos zurückgeblieben. Und ich konnte sie nicht ersetzen. Ich bin ein anderer Mensch. Ich konnte geben, was ich kann, aber sie ersetzen ist schlichtbar nicht möglich. Was aber nicht heisst, dass er es bereut, dass er mit Sibylle ein Kind hat. Ich bin sehr dankbar für unseren Sohn, für die Zeit, die ich mit ihm verbringen kann. Das andere ist ... Wunschön, das hat sich niemand gewünscht, aber das ist so. Aber ich von meiner Seite her nein, überhaupt nicht. Sibylle lässt Martin interessiert zu, als er mir seine Geschichte erzählt. Niemand spricht dem anderen darin. Als man die beiden so gegenüber sitze, spüre ich sogar als Aussenstehende die grosse Verbundenheit zwischen diesen beiden. Eine mega reife Partnerschaft, habe ich den Eindruck. Und Sibylle bestätigt mir das auch. Ja, da ist eine tiefe Liebe da und auch ein wirklich Willen, einen gemeinsamen Weg finden, der für beide möglichst optimal stimmt. Und jetzt ist halt die Thematik da, von Mutterschaft bereuen und wie gehen wir mit dem um. Da braucht es viel von seiner Seite entgegen kommen, Verständnis aufzubringen für etwas, das man so nicht selber nachvollziehen Viele, viele Gespräche, Angebote, um Auszeiten zu nehmen, die ich brauche und er viel weniger braucht. Ja, ich bin ihm unglaublich dankbar, dass er den unkonventionellen und sehr starken Weg mit mir geht. Und dann ist da noch die grosse Unbekannte, der gemeinsame Sohn von Sibylle und Martin. Der ist mittlerweile neun. Dass sich in ihrer Familie halt der Papa mehr um ihn kümmere, sei halt so. Er stelle keine Fragen, sagen Sibylle und Martin. Selber fragen kann ihn nicht, das verstehe. Aber was macht es mit einem Kind, wenn seine Mutter lieber nicht Mutter wäre? Gespürt das Kind, Wunder. Die Gedanken kennt ab und zu, aber ehrlich gesagt sehr selten oder immer seltener, zumindest im Moment, weil ich sehe, wie er schön aufwächst, wie er zufrieden ist, wie er sehr in harmonisch und wertschätzenden Umfeld aufwächst. Nicht nur bei uns streiten, sondern auch mit den Grosseltern oder Götti, Gotti usw. Ich habe nicht das Gefühl, dass er darunter leidet. Sibyl hat den Umgang mit ihrem Sohn und die Situation gefunden. Es ist eigentlich eine schöne Beziehung. Ich hatte einfach ein langes Gefühl, es bräuchte noch mehr. Es ist nicht vollständig, weil ich nicht das geben oder das empfinden, was ich eigentlich empfinden müsste. Aber unser Sohn bereichert uns allein und in unserer Beziehung. Ich lerne sehr viel durch ihn. Er ist ein wunderbarer Mensch und ich will ihn jetzt nicht mehr missen in unserem Leben. Aber es muss, dass ich abgeben wäre immer noch verlockend, wenn wir einen Weg gefunden haben, was geht. Ich glaube, das, was Betroffene und Ausserstehende beim Phänomen Regretting Motherhood so unglaublich triggert, ist die Sorge um das Kind. Ich habe das nur schon bei mir selber gemerkt. Als ich das Buch der deutschen Journalistin Christina Mundlos mit dem Titel «Wenn Mutter sein nicht glücklich macht, mal auf dem Stubbetisch rumliegen und es mein Sohn gesehen hat, habe ich gerade Panik geschoben und gesagt, das ist im Fall nur für die Arbeit. Die Vorstellung, ein Kind könnte sich ungeliebt oder unerwünscht fühlen, ist der Horror. Die grosse Frage darum, wie kann man die Mutterschaft bereuen und sein Kind trotzdem gerne haben? Ich habe meinem Sohn noch nie gesagt, ich liebe dich, aber ich sage, ich kann dich gerne, ich kann dich mega fest gerne oder ich sage, du bist wichtig in meinem Leben. Genau, oder dann, wenn ich es empfinde, sage ich, es ist mega schön, bei dir zu sein. Ja, das ist jetzt mein Weg, das muss langen und dann sage ich das sehr authentisch und gefühlsvoll und dann stimmt es und dann bin ich meinem Kind sehr, sehr, sehr nahe. So, gehe ich mit diesen Schuldgefühlen um, dann fühle ich mich nicht schuldig, weil ich sage, das, was ich empfinde und mein Kind hat eine Mutter, das echt Gefühle hat und zeigt. Sibyl macht ja in diesem Podcast mit, weil sie sich mit anderen Betroffenen austauschen will, von denen ihren Erfahrungen profitieren, ihre eigenen Erfahrungen weitergeben. Ich bin sicher, ich bin nicht die Einzige, die eine falsche Entscheidung getroffen hat. Die müssen da raus sein, irgendwo, und das ist meine Message. Austauschen, teilen, reden, ja, es ist immer noch ein grosses Tabu und das muss man ansprechen und das muss man öffentlich machen und darum sage ich das heute jetzt öffentlich. Die Rolle von Frauen und Müttern in unserer Gesellschaft sollte noch mehr diskutiert werden. Das wünscht sich Sibyl. Und auch junger Paar will sie etwas mit auf den Weg geben. Es ist ein langer und intensiver Prozess, herauszufinden, will ich Kinder, oder nein, und dann aber unbedingt auch noch die Folgenfrage beantworten für sich. Wieso? Wieso möchte ich Kinder? Wieso gehören Kinder wirklich zu meinem Lebensentwurf, zu meinem Wunsch? Ist es, weil man sich nicht vollständig fühlt, weil man etwas weitergeben gehören Kinder einfach dazu, man es gar nicht so richtig hinterfragt? Also dort sich wirklich tief hinein knindeln, das empfehle ich wirklich allen Pärchen, die sich die Frage überlegen. Mein Satz würde ich niemandem empfehlen. Ich schaffe es schon. Wenn man sich das notiert, dann ist es nicht die richtige Entscheidung. Irgendwie hat Sibyli ja tatsächlich geschafft. Die Frage ist nur zu welchem Preis und welchen Preis ihr Kind zahlt für den falschen Entscheid. Sibyli hat ihrem Sohn einen Brief geschrieben, den sie ihm geben will, wenn er einiges eigene Kinder will. Spätestens dann erfährt sie, ob er unter ihren Reuegefühlen gelitten hat oder nicht. Und allen, die jetzt denken, das hätte ich sich auch früher überlegen statt jetzt zu klagen, nein, das kann man wahrscheinlich nicht. Weil solange es tabu ist über alle Facetten vom Frau sein und Mutter ehrlich zu reden, solange junge Frauen und Männer auch keine solide Grundlage für ihre Entscheide. Was geht euch so durch den Kopf, wenn ihr Sibyli ihre Geschichte hört? Schreibt mir und schreibt Sibyli. Ich bin Helen Arnett und gespannt auf eure Reaktionen. Ihr erreicht mich unter input at srf.ch Input